Hallo und herzlich willkommen auf meiner Internetseite. Sie suchen praktische und effektive Tipps, wie Sie es schaffen, Ihren Welpen von Anfang an richtig zu erziehen und Sie möchten ihn so schnell wie möglich stubenrein bekommen? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Lena May und ich bin ausgebildete Kynopädagogin. Mein Wissen habe ich nun in einen Gratis-Report für Sie zusammengestellt. Diesen können Sie sich hier oben downloaden. Dazu geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Vornamen an und Sie erhalten unmittelbar praktische und effektive Tipps, wie Sie es in sieben Schritten schaffen, Ihren Welpenstuben reinzubekommen. Was müssen Sie alles berücksichtigen? Zum einen müssen Sie bestimmte Gassigehzeiten einhalten. Dann ist es noch wichtig, wie Sie selber reagieren, wenn doch mal eine Fitze im Wohnzimmer entsteht. Denn Ihr Verhalten wirkt sich entscheidend darauf aus, wie schnell Ihr Welpe es lernen wird. Weitere praktische Tipps zur Welpenerziehung und zur optimalen Stubenreinheit finden Sie in meinem Gratis-E-Book, was Sie sich downloaden können. Viel Erfolg bei Ihrer Welpenerziehung wünscht Ihnen Ihre Lena May.